Hallo zusammen und willkommen zum neuen Projekt und zwar Starbound mit den ganzen Chaoten hier und zwar mit dem Freaky Hallo Der ist die Amazone hier Dann Zips LP Hallo ich bin der Affenkopf Mensch Ah ne da ist er Und der Chris Ich hab einfach mal gar nichts gesagt Ich hab das Gefühl das soll nicht so sein Wolltest du was sagen Chris? Oh la la Was passiert? Ich glaub Die Taste regular Ah ne Ah ne Oh scheuke Und ver- Oh ne Dann reparier deine Taste Chris Ja man muss wissen Chris hat heute schon den ganzen Tag mit seiner Push2Talk-Taste zu kämpfen Ja, immerhin, ne? Ich höre sie kurz an. Ja. Dann können wir per Test schon mal was Sinnvolles tun. Ja, wir sind alle auf meinem Heimatplaneten. Service auch unten in der Videobeschreibung, wer auch so ein Ding haben möchte. Genau. Jetzt hör doch mal ein Schiff zu zerlegen. Warte, ich will nur meine Fackeln wiederholen. Ach so. Ja, ich dekoriere hier immer dein Schiff und irgendwann klaut mir dann die Fackeln, weil die alle von der Wand abgerissen werden. Ja, meine. 18 Stück hab ich jetzt. Geil. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter. Ja. Chris kommt nach. Chris, du kommst bestimmt nach, oder? Ja, der ist jetzt gerade raus aus dem Case. Ach so, okay. Bis gleich Chris. Für die Leute, die sich fragen, worum es hier eigentlich geht. Man sieht... Keine Ahnung. ...hat sehr viel Ähnlichkeit mit Terraria. Was denn, 2D oder wat? Ja, genau dat. Ja, auch mit dem Craften und... Aua. Dat man immer direkt wat aufbauen muss, dat sieht aus wie dat und dat. Ja. Aber zugegebenermaßen, es sieht ja auch aus wie Terraria. Ja, stimmt. Ja, da haben ja auch Leute mit, äh, mitentwickelt, die von Terraria stammen. Ja, Terraria waren auch noch 4 Leute, ne? Das kann man jetzt auch einfach nicht mal, das kann man jetzt auch einfach nicht leugnen, dass das halt nicht aussieht wie Terraria. Ja. Alle auf dem Baum, volle Power auf dem Baum. Ja genau, wenn man zusammen machen geht das schneller. Nur, wenn man überlegt so, dass man bei Terraria nur eine große Welt hat und hier eigentlich fast unendlich viele Welten... Ja, das ist schon, das ist schon ein riesiger Unterschied. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Hast du eigentlich noch die Aufnahme, Peter, oder legst du die noch hoch von unserem ersten Aufnahmeversuch? Äh, da kommt, ähm, also gestern kam da am besten auf. Ah, geil. Das ging dann so 8 Minuten und ich glaube die Hälfte war, wo wir gegen das Tiff kämpfen. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, das gab ja, obwohl, ne, darf ich, obwohl, ne doch, jetzt ist ja, ich meine, wenn die Leute das eh schon gesehen haben, darf ich es da jetzt auch spoilern. Ja, genau. Den ersten Boss quasi, dieses Raumschiff oder was, da kommt dieser UFO-Boss. Da haben wir mit irgendwelchen, also mit, mit, quasi mit den Waffen, die wir von Anfang an schon hatten, haben wir gegen, gegen dieses UFO gekämpft, eine halbe Stunde lang. Ja! Das hatten wir auch. So oft verreckt, so oft verreckt sind wir. Und jedes Mal diese scheiß Pinguine mit ihren Raketen. Ah, ne. Wir, wir waren immer instant down, wir waren auf dem Planeten tot. Ja, wir haben, wir haben uns nachher, ähm, wir haben uns nachher quasi, ähm, so eine Höhle gebaut, wo wir direkt gespawnt sind, sodass die uns erstmal nicht treffen konnten. Ach guck mal, Chris restarted. Wir haben quasi mit dem Bogen immer rausgeschossen. Was hab ich denn hier cooles gefunden? Aber wir sollten mal gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Oh! Ich hab irgendwas gefunden und ich hab jetzt Jump Boost. Ich hab keine Ahnung, was es war. Ich hab dran eh gedrückt und hatte plötzlich Jump Boost. Das ist ziemlich geil. Ach, das war so ein komisches silberes Gerät, oder? Ja, sah aus wie so eine kleine silberne, sah aus wie eine Tablette in, oder so. In groß. Ja, quasi. Aber schade hatte Chris das nicht von Anfang an dabei ist, aber ich meine, der Anfang war eigentlich ganz lustig. Ja doch. Aber er kommt ja gleich nach, ist dann die Sache jetzt. Ja, hoffentlich. Ah, da muss ich ihn gleich nochmal, äh, move'n im TS. Ja, genau. Aber ich nehm ja eh nicht mit auf, das ist ja kein Problem. Obwohl die X-Story eigentlich besser lief als das jetzt. Aber jetzt, jetzt, ich, das jetzt fällt mir grad an. Die X-Story müsste ich mir auch irgendwie nochmal zulegen, irgendwann mal. Weil das ist ja wohl echt nicht schlecht anscheinend. Ja, oder einfach OBS, Open Broadcaster Software. Die ist ja, die ist ja einfach so, die ist free. Free to play. Damit kannst du alles machen. Ich würde sagen, ich baue die Crafting-Sachen erstmal oben auf dem Plan, äh, auf das Schiff, oder? Auf dem Schiff? Ja erstmal. Aber hey Leute, ich glaube er ist wieder da. Ich guck mal gerade ob er im TS schon ist. Ah, sehr gut. Ah, er ist oben, ich zieh ihn mal runter. Dann kann ich ihn entweiten. So, warte mal jetzt. Hallo Chris. Hi, guten Abend. Hi, da ist er. Hallo. Na? Ja, ich hab dich übrigens von nicht ausgelacht. Das wollte ich nicht. Ah, guck mal, da ist er. Hi Chris. Oh, hast du was cooles für mich? Vielleicht so ein Table oder so? Ne, so weit sind wir noch nicht. Obwohl, ich baue den gerade. Warte kurz. Kommen dann mal alle aufs Schiff, dann kann jeder mal ein Table in der Hand nehmen. Machen wir gleich. Ja, ich baue jetzt grad noch einen Baum ab. Wiss ich, eigentlich brauche ich ihn gar nicht, aber ich hab gedacht. Ist cool, wenn man es hat, meinst du? Holz kann man ja nie genug haben. Gut, dann kommen wir mal zu dir. Zur Info, wir geben dem Freaky das Fleisch immer zuletzt. Ja, bitte, ich esse das sonst alles aus. Der Freaky hat immer das Fleisch gegessen. Ich wollte das Fleisch. Ja, wir hatten diese Fleisch-Quest und ich musste wieder lachen, wenn ich nur dran denke. Und immer wenn ich das Item rauswerfen wollte, um es dem nächsten zu geben, habe ich es aus Versehen immer gegessen. Das war so lecker. Das war passiert. Ja. Muss ich den Tisch nochmal rausschmeißen. Zu wem? Egal. Zum Affen oder zu dem Anderen? Ach, Abzug. Ok, Quest fertig. Nächste Quest ist, ja, Fleisch braten. Ja warte, gib dem Chris erstmal das Ding. Fleisch habe ich schon lustigerweise, weil ich aus Versehen, also gewollten Alien getötet habe. Sehr gut. Ich hab dann Fleisch bekommen. Hat einer noch Holz? Hier, ich hab noch. Ich hab genug, ich hab 108 Holz. Dann braten wir hier. Komm, brat, komm. Sekunde, ich mach kurz dein Raumschiff ein bisschen schöner. Was macht ihr mit meinem Schiff? Warte mal, hier, Fleisch. So. Ja. Ah, sehr gut. Warte, dann kann ich braten. Wer hat dann Fleisch? Ah, ich hab das. Chris, hast du auch so Hunger? Oh yeah. Ja, Quest complete. So, warte, nächstes. Oh, Chris, Chris, schreib gerade, ratet mal. Och, Manno. Ist mir egal, ich find das lustig. Lass uns jetzt so. Wollen wir, wie er da steht so. Hände an Hüfte, ratet mal. Der Nächste kriegt das Fleisch? Ich hatte schon, also, ich baue hier mein Holz wieder ab. Sips, hast du das? Du hast die Lampe auch abgebaut. Nein, ich hab nix. Aber warum macht der Chris denn die ganze Zeit, äh, äh, ich glaub das liegt am Mikro? Oh. Nee. Ach. Ich hab kein Fleisch. Kannst du uns denn hören? Ja, hören kann er uns wahrscheinlich. Oh, das, ja, komm. Okay. Das schreit er einfach durch. Ist ja egal. Nein. Oder du versuchst mal einen anderen USB-Slot, weil wir haben's vorher extra getestet, da ging alles einwandfrei. Chris, ich versteh dich nicht, schreib mal lauter. Aber wir hatten jetzt noch ein Stück Fleisch. Ich nicht. Doch, ich hab's. Oh, Glück gehabt. Guck grad mal, ob hier noch irgendwie Viecher sind. Guck, wie groß das Stück Fleisch eigentlich ist. Chris hat so ein riesiges Stück Fleisch in der Hand. Oh nein. Kein Fleisch. Manno. Haben wir jetzt alle, oder? Ne, ich will grad einen Ofen bauen. Ich hab aber auch noch... Oh, was haben wir denn? Oh, erst mal brauch ich mir eine Stone Pickaxe. Wofür brauchen wir jetzt einen Ofen? Ist die nächste Quest? Also ich hab immer noch kein Fleisch. Stone Pornis. Achso, der Chris hat das Fleisch. Ne, ich hab das Fleisch. Hier, Sepp. Huh. Yeah. Was macht man jetzt mit dem Chris? Was bauen wir jetzt einen Ofen? Aus Stein. Hast du mal ne Lampe? Gar nix. Freaky, du hast meine Lampe aufgehoben. Nein, hab ich nicht. Ich stehe ja am Crafting Table. Doch, im zweiten Inventar. Von da oben war die. Hier, von hier. Ich hab nichts im Inventar. Ne, im zweiten Slot. Crafting Table. Ach, da. Ah, okay. Guck mal, siehste. So schnell geht das. Es fehlt ein Ofen, ne? War richtig. Ja, da braucht man noch ein bisschen Kabel. Kabel, Kabel, okay. Ah, okay. Ich glaub, der Chris ist gerade am Problem beheben, oder? Ich glaube. Ah, okay. Ich hoffe, es ist okay, wenn du in der ersten Folge dann nur sporadisch dabei bist. Aber ich mein, wir machen ja noch mehr Folgen. Ne, nur eine. Das sieht aber aus, ob der keine Augen hat, weil die Haare genau davor sind. Du hast mich jetzt auch nur für eine bezahlt, ne? Das ist dick. Was? Okay. Warte, wir wollen den Ofen machen. Cobblestone. Bist du altmodisch, Alter. Ach, er hat schon ein Werkzeug. Willst du mich natzen? Seid ihr schon alle unten? Ja, klar. Ich hole ein bisschen Kabel für den Ofen. Ich geh jetzt mal hoch. Wie verbrauchen wir denn da? Ich hab da auch noch welches. Kannst du hier einfach mal rauswerfen? Hier, warte mal. Zack. Ah, ja. Aber man kann auch Plattformen von oben gleich bauen, ne? Also, wenn wir gleich runterkommen wollen irgendwann mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall Plattformen bauen. Sonst endet das wieder böse. So wie beim letzten Mal. Meinst du, wo du mal gestorben bist? Ja, mal vor allem. So, ich mach da mal einen Ofen. Glaube ich. Oh, ja. So, dann kannst du, wenn du noch Stein übrig hast, kannst du auch, also, oder du baust einfach eine Stein Pickaxe. Das ist mir egal. Aber ich hätte auch gern eine. Warte, ich kann mal zwei machen. Ja, ich hab eine. Kann ich nicht. Kannst du mir noch Holz geben? Möchte einer aus Stein. Ich hab Holz. Ah ne, ich kann zwei machen. Ich kann nur nicht zwei drücken. Craft, Craft. Ne, kriegst du das Wort, Freaky. Warte. Ich hab auch ganz viel Holz ans noch, falls du euch jetzt brauchst. Aber wo ist denn der Ofen, Alter? Ja. Dann guckt, dass ihr euch auch ein paar Bandagen macht, ne? Weil die sind richtig wichtig. Richtig wichtig. Aber wir haben noch gar nichts mehr Bandagen. Das sind doch diese hängende Dinger da, ne? Diese hängende Dinger, so. Ja. Genau diese hängenden Dinger. Die kannst du am besten mit einer Axt abbauen, glaube ich. Habe nicht. Musst du hier bauen. Ah, hier ist Stone Eggs. Okay. Kannst du einfach alles aus Stein machen. Wenn du noch genug hast, bau mal gleich für mich mit, wenn du eh schon dran bist. Ach, ein Campfire brauch ich. Hast du die Spitzhacke schon fertig? Ja, kannst du mir Holz geben, dann kriegst du eine Spitzhacke dafür. Ja, warte mal. Ich hab hier... Oh, es ist Chris weg. Na komm. Ich will mal nicht so sein. Hast du mir Holz gegeben? Hier, warte mal. Hier. Oh, Holz. Das sind 104 Holz, ne? Das ist... Okay, das reicht für die Pickaxe. Ich denke. Nicht links, genau. Krima, kann ich schon mal ein bisschen hacken gehen? Das ist gut. Craft. Warte ganz kurz, dann kannst du den Ofen einmal aufheben. Oh, yeah. Completed. Jetzt sollen wir Eisen schmelzen. Okay. Chris ist wieder da. Ah, sehr gut. Ich muss... Dann lade ich ihn mal wieder ein, was? Hallo, hört ihr mich? Ach, hallo. Yeah, es funktioniert. Oh, nee. Ich hoffe, es bleibt so. Oh, Gott. Das ist der Running Gag, Chris. Ja. So, hi, guten Namen. Und wieder weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Hey. Äh, warte mal. Ich habe hier einen Sekunde, aber... Schnitzel. Oh. Hast Schnitzel. Ich habe den Ofen. Ich habe den. Dann, dann kommen wir damit hoch. Oh. Weil der Chris muss ihn ja auch mal anfassen und der Sebastian auch. Dann schmeiß ich ihn hier hin. Dann bleib ich da. Sehr gut. Ich komm hoch, einen Moment. Wir brauchen Kohle für Fackeln, ganz wichtig. Jetzt brauchen wir, wir müssen noch Iron herstellen. Aber ich geh mal runter, ich geh schon mal ein bisschen farmen, ja? Ja, wir machen gleich eine riesige Planetentour nach unten. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir genug so Zeug zum Aufwärmen mitnehmen, ne? Ja, Campfire wäre cool und Betten wären geil. Fackeln reichen auch schon für. Aber die dauern so lange, Alter. Bei Fackeln dauert das aber extrem lange, hab ich okay. Wer hat den Ofen? Ah, ich. Sebastian? Achso, ich war schon da. Ich war schon da. Aber Peter, wenn du mir eine Axt machen könntest, ne? Das wäre auch prima. Boah, ist echt cool von euch, dass ihr mich durchzieht. Ja. Warte kurz, bleib hier, Chris.